Menschen aus der Kurpfalz. Der Podcast von Kurpfalz erleben. Namen, Geschichten und Wissenswertes aus unserer Region. Präsentiert von der Sparkasse Rhein-Neckar-Nord, COS Klima, GBG Wohnungsbaugesellschaft Mannheim und AMEE. Die Akademie für Motivation, Entwicklung und Erfolg. Unser heutiger Studiogast ist einer der renommiertesten Sportpsychologen in Deutschland. Er hat viele Aktive aus vielen unterschiedlichen Sportarten betreut und ist mittlerweile einer der Geschäftsführer der TSG Hoffenheim. Ich freue mich ganz besonders auf das Gespräch mit Prof. Dr. Jan Mayer. Jan, wenn ich sage Geschäftsführer, fangen wir mal damit an. Das ist ein bisschen kompliziert. Erklär mir, für was du zuständig bist als Geschäftsführer in Hoffenheim. Also erstmal danke für die Einladung. Ja, gerne. Super, gerne. Freut mich, dass du da bist. Freut mich hier eben auch, die Kurpfalz vertreten zu können. Geschäftsführer in Hoffenheim, ja. Ich bin zuständig ganz offiziell für Unternehmensentwicklung, Innovation und Wissenschaft. Seit Neuestem, dann eben auch seit dieser Saison für Personal und gemeinsam mit dem Kollegen, Danny Strich, darf ich auch noch das Ressort Finanzen betreuen. Das ist eine ganze Menge. Dazu kommt noch, dass ich für die TSG Research Lab und für die TSG Reha verantwortlich bin, für die TSG Akademie GmbH. Und dann habe ich noch ein gemeinnütziges Institute for Compassion in Heidelberg, das mir sozusagen immer wieder den Kopf frei hält, wenn ich so viel Fußball habe, dass ich auch nochmal ein bisschen was anderes mache. Aber das sind vielfältige Aufgaben. Bleiben wir mal bei der TSG Hoffenheim. Da gibt es einen Sportpsychologen, der sich da um einige Teile kümmert. Was genau? Also die Sportpsychologie ist sozusagen, das habe ich jetzt nicht mehr unter mir. Wir haben jetzt einen anderen Sportpsychologen, der an der Mannschaft arbeitet und den Job macht. Und im Rahmen der Geschäftsführung geht es tatsächlich darum, diese Idee, warum Hoffenheim das überhaupt schafft, jetzt im 16. Jahr in diesem Wettbewerb mit Metropolen zu bestehen, dass das irgendwie aufrechterhalten werden kann. Und wenn wir uns einmal vernünftig Gedanken machen würden, dann würden wir sagen, es kann eigentlich gar nicht gehen. Also du kannst eigentlich als Dorf überhaupt gar nicht in diesem Wettbewerb bestehen. Eigentlich dürfte das gar nicht gehen, weil du in allen Bereichen, ob du jetzt sagst Sponsoring oder Merchandise oder Stadienauslastung und so weiter. Wenn Stuttgart 600.000 Einwohner 10% der Stuttgarter anspricht, um ins Stadion zu kommen, ist die Hütte voll. Hoffenheim hat wie viele Einwohner? 3.000 noch was ändert sich stündlich. Wenn wir alle Hoffenheimer ansprechen, dann ist nicht mal ein Block voll. Das heißt, wir müssen ganz, ganz viele Nicht-Hoffenheimer ansprechen, um ins Stadion zu kommen. Und das sind so viele Standortnachteile, dass du eigentlich vernünftigermaßen sagen müsstest, das kann nicht funktionieren. Es funktioniert aber, weil wir machen es anders. Der Schwerpunkt liegt eben auf Potenzialentfaltung, Ausbildung von Talenten und dann natürlich die Transferlöse auf dem Markt zu generieren. Aber auch selbst das ist irgendwie super eine Challenge, wenn du jedes Jahr eigentlich die Besten von deiner Mannschaft wieder weitergeben musst. Also du hast ein Team, das super funktioniert, zwei Besten musst du immer wieder haben oder sogar drei, vier Besten eigentlich auch kaum zu schaffen. Aber wir schaffen es jetzt. Und das ist vielleicht wie das Beispiel mit der Hummel, die nach aerodynamischen Gesetzpunkten auch nicht fliegen kann. Sie fliegt aber, weil sie es anders macht. Und deswegen anders machen heißt, sich immer wieder neu auszuprobieren, immer wieder neue Wege gehen. Da gehen viele Wege auch schief. Wenn sie dann klappen, dann heißt Wally sind aber innovativ. Und das ist so ein bisschen meine Hauptidee, sozusagen immer da am Puls der Zeit zu sein oder vielleicht auch darüber hinaus und Methoden, Dinge, Strategien zu entwickeln, wie die TSG eben auch über den Fußball hinaus interessant sein kann. Aber das ist ja interessant, weil wir haben ja sozusagen zwei Teile in der Bundesliga. Es gibt diesen, wie du angesprochen hast, diesen Ausbildungsverein. Ihr seid ja nicht die Einzigen. Es gibt ja viele, die versuchen Talente oder irgendwo im Ausland junge Talente zu entdecken und dann sie zum hohen Preis. Und wir wissen ja, wie die Erlöse mittlerweile sind, gerade wenn du nach England verkaufst, um dann wieder Neues nachzuholen. Und dann gibt es natürlich die Top-Vereine, die nur die Top-Spieler haben wollen. Dann ist das auf Dauer, ist natürlich schwierig, weil du weißt ja nie, ob das auch passt jedes Jahr. Kriegst du diesen Jungen aus deinem eigenen Kreis, was ja eher selten ist, kriegst du diesen Jungen aus Frankreich oder keine Ahnung, Spanien, Afrika, irgendwoher. Das ist nicht einfach. A, gibt es Regularien. Also man kann auch nicht einfach irgendwo irgendwelche Talente herbekommen. Das Zweite ist, sie müssen natürlich auch sich optimal entwickeln können. Da spielt auch Umfeld, Fürsorge und so weiter eine große Rolle. Eine große Familie. Und natürlich ist es eine Frage einer Wette auf die Zukunft. Erstaunlicherweise klappt es jetzt immer wieder. Und wie es bei uns in der Akademie aussieht, macht einen das auch echt stolz, dass man einfach sagt, boah, so viele schaffen es. Wir haben eine unglaublich hohe Durchlässigkeit, nennt man das. Also anscheinend machen wir da wirklich was richtig. Und insbesondere dann, wenn ich dann sozusagen in die Konkurrenz gehe mit Großstädten, Dortmund, Bayern, Talente, die haben die auch auf dem Zettel. Die kommen zu uns. Warum kommen die denn nach Hoffenheim, aufs Dorf? Wir haben noch nichts, was interessant ist als Stadt für so einen jungen Menschen. Aber die glauben halt an die Methode und an das Verfahren, weil wir haben halt Proof of Concept. Wenn es durch die Akademie läuft, sind die Flure immer gepflastert mit den Porträts von den Spielern, die es geschafft haben. und da durchzulaufen, dann denkst du dann schon, boah, der und der und den kenne ich aus der Liga und der spielt jetzt da. Das ist schon interessant. Und der Weg ist halt auch nicht einfach einer, dass wir sagen, wir machen es halt wie die Schule, mit allen das Gleiche. Da kommt halt nur Mittelmaßball raus. Nein, Schule ist schon in Ordnung. Aber wir gehen halt den Weg, dass wir ganz klar datengestützt schauen, was braucht der Einzelne. Und das hat wenig zu tun mit dem gläsernen Athleten, sondern wirklich mit maximal effizienter Förderung und möglichst wenig Lehrkilometer. Und das nehmen uns Talente wie Eltern ab, dass man sagt, ihr schaut aber auch ganz genau hin. Und das ist dann wirklich der Weg, wo ich dann auch ein gutes Gefühl habe, dass wir dann sagen, wir machen wirklich das, was der Einzelne tatsächlich braucht, um zur maximalen Potenzialentfaltung zu kommen, wo auch immer die hinführt. Und wenn es dann zu einem Profifußballer ist, dann ist es natürlich toll. Wenn es vorher nicht reicht, dann war es trotzdem ein Weg, wo man einfach sagt, da habe ich ein gutes Gefühl dabei, weil wir haben das Richtige mit dem Talent gemacht. Springen wir ein bisschen zurück, Sportpsychologe. Und springen wir noch einen weiteren Schritt zurück, nämlich in die Jugend. Hat sich das abgezeichnet bei dir, dass du diesen Schritt gehen wolltest? Weil den muss man ja wollen. Nein. Nein. Ich bin noch ins Studium gegangen, ins Sportstudium, und habe gesagt, hoffentlich überlebe ich die Sportpsychologie-Vorlesung, weil Psychologie ist ganz fürchterlich. Das interessiert mich überhaupt nicht. Okay. Dann bin ich gut bewaffnet reingegangen, nämlich mit Zeitung, was zu essen, was zu trinken und Mütze. Letzte Reihe. Und ganz vorne stand eben Hans Ebersbecher, Professor Hans Ebersbecher. Großartiger. Großartiger Professor. Und ich habe 90 Minuten lang den Mund nicht mehr zubekommen. Aber dennoch war es dann so, dass ich trotzdem Lehramt studiert hatte, also Sport und Mathe. Und hatte das natürlich auch, weil es ist ja ein vernünftiger Job, als Lehrer. Vormittagsrecht und Nachmittagszeit oder so ein Spruch gibt es ja auch. Also so vernünftig. Die Eltern haben gesagt, er wird Lehrer, das ist okay. Und dann war ich sogar kurz vor dem Staatsexamen, habe also eigentlich ein komplettes Mathe-Studium gehabt. Und dann hatte ich mir dann bei einer Vorbereitung auf die Turnprüfung, das tat mir nicht so leicht dabei, dann ist zum zweiten Mal das Kreuzband gerissen. Abgang von den Ringen. Und ja, dann hieß es, okay, du machst keine Turnprüfung mehr. Und damit war das Thema Lehramt plötzlich vom Tisch. Und dann meinte eben der Professor Ebersbecher, dann wirst du halt Sportpsycholog, musst du halt noch Psychologie studieren. Und dann stand ich da und dachte dann, okay, dann mache ich halt noch Psychologie. Und so ging das dann los. Und das war alles andere als geplant. Und dann war ich vielleicht so in der richtigen Zeit, am richtigen Ort, weil dann war es völlig egal, wie du hießt, Jan Mayer, egal, Müller, Mayer, Schulze, wurscht, ist einer vom Ebersbecher. Genau. Und da ging dann gerade die Szene so auf. Das war kurz nachdem der Boris Becker gesagt hat, ich habe verloren, weil ich war mental nicht gut drauf. Kann man auch im Kopf sein, mental nicht gut drauf sein, interessant. Und dann gab es so Leute, die dann auch erzählt haben, Frank Wörndl, dass er eben gewonnen hat, weil er mit einem Sportpsychologen zusammengearbeitet hat. Dann war das ganz, ganz heiß das Thema. Und dann durfte ich eine Zeit erleben, in der ich dann rumgereist bin über ganz, ganz viele Nationalmannschaften von Radball, Kunstradfahren über Schießen, rhythmische Sportgymnastik, Skialpinen, Skisprung. Ich habe unglaublich viel gesehen und durfte das dann auch sehen, wie sich diese Sportpsychologie weiterentwickelt und eben nicht eine Flamme war, die mal kurz so hochgekocht hat, sondern sich etabliert hat. Und das war dann schon toll, dass sich das bis dann in den Fußball getragen hat. Ganz entscheidend war dann natürlich die Rolle von Hans-Dieter Herrmann, der im Sommermärchen eben von Klinsmann neben ganz, ganz vielen anderen Neuerungen eben auch im Funktionsteam installiert wurde. Und mittlerweile ist es so, dass die Sportpsychologen im Rahmen der Lizenzierung sogar eingefordert sind bei den Bundesligisten. Und da am Anfang dann dabei gewesen zu sein und da jetzt rückzuschauen, dass sich das als Berufszweig so richtig etabliert hat, das ist schon toll. Ich glaube, in jeder Berufskarriere, egal wo wir hinsteuern, haben wir bestimmte Personen, die uns ein bisschen leiten, uns ein bisschen helfen und in die richtige Richtung drücken. Hans-Dieter Herrmann hast du gesagt, auch einer der führenden Sportpsychologen, weil nicht der führende, aber Evers Becher war eine Ikone, fand ich, weil ich habe mehrere Diskussionen mit ihm mitgemacht. Und ich fand das überragend. Du auch? Na ja, also das, manchmal habe ich da irgendwie, kennst du das, wenn sich so hinten die Nackenhaare aufstellen in seiner Gegenwart. Und das war dann wie so ein Traum, dass ich gesagt habe, boah, wenn ich bei dem mal am Lehrstuhl arbeite, dann fragt er mich, ob ich bei ihm promovieren darf, dann war ich seine Assistenz, das war alles so, ich hätte Geld dafür bezahlt, das war alles so eine Ehre, da dabei zu sein. Dann ist er leider viel zu früh verstorben, aber umso mehr natürlich irgendwie, natürlich den Auftrag, seinen Namen, seine Lehre, seine Sicht der Sportpsychologie weiterzutragen. Deswegen ist es auch schön, jetzt hier in dem Rahmen den Namen Evers Becher zu erwähnen, zu würdigen, weil er wirklich da für mich ein ganz, ganz wichtiger Mentor war, von dem ich ganz, ganz viel, aber wenn ich alles gelernt habe, war natürlich dann schön in der Konstellation mit Hans-Dieter Hermann und Hans Evers Becher und ich so im Windschatten gesurft und habe dann natürlich auch, weil das dann natürlich schon, es war wie Gmät Wiesle, das ist zwar schwäbisch, aber in der Kopf, kann man so was auch mal sagen, hatte dann natürlich die Freiheit, auch eigene Dinge einzubringen und Dinge auszuprobieren, die man noch nicht so, gerade das mit den Daten und so weiter genutzt hat. Und insofern war das eine schöne Konstellation. Also ich kann mich erinnern, als diese, und du hast das angesprochen, 2006 bei der Weltmeisterschaft, ist das Thema natürlich ein Stück weit hochgekocht durch Hans-Dieter Hermann. Es hat früher angefangen, aber ich kann mich auch erinnern an viele, natürlich als Journalist hast du viel mit Sportlern zu tun und die waren am Anfang sehr skeptisch. Sie waren ablehnend eher gegen Sportpsychologen. Das war ja auch ein Kampf gegen Windmühlen am Anfang, oder? Teilweise zumindest. Ja, es hat sich voll gedreht. Also damals war es schon auch, du bist eigentlich ein Zeichen von Schwäche, wenn du sowas brauchst. Also der coole Wettkampftyp, der braucht so etwas nicht. Mittlerweile hat es sich gedreht, du bist unprofessionell, wenn du das nicht auch nutzt. Und das ist ganz interessant. Und es war schon auch unangenehme Phasen dabei. Du kommst dann zu einem, ich habe immer geguckt, Anreise beim Lehrgang, weil du warst der integrierte Außenseiter. Du bist ja nicht mit der Mannschaft hingereist, sondern die waren dann da irgendwo im Team in Schlattmingen und du kommst dann da dazu. Und dann war immer die Frage, wann ist das so ein günstiger Moment? Und ein ungünstiger Moment ist halt, wenn die alle beim Essen sitzen. Weil dann schauen die alle hoch und keiner will, hallo, schön, dass du da bist. Und dann teige ich jetzt nicht, dass ich mit dem, und alle gucken wieder runter und du stehst dann so da. Also dieses, was ich jetzt erleben darf, sehr viel Welcome, das war damals schwierig. Allerdings hätte es nicht gemacht, wenn ich nicht eben dann eben eins zu eins oder halt die Nachfrage auch und gesehen habe, dass das genutzt wird und dass es ihnen hilft und dass es sie weiterbringt. Ja, es war vielleicht nicht ein Kampf gegen Windmühlen. Wie hieß der Kommentar eines Funktionärs? Schad nix, bringt nix. Weitermachen. Ja, schad nix, bringt nix. Weitermachen. Nach dem Motto... Ist eh egal, ob er da ist. Ja, esoterik oder sowas. Ja, ist eh egal. Und dass sich das dann aber dann gedreht hat, das freut einen natürlich auch. Ja. Es ist ja nicht das erste Gespräch, dass wir zwei führen und mit Hans-Dieter Herrmann saß ich unter anderem nicht nur hier, aber auch an anderer Stelle. Jetzt kommt natürlich wieder die dümmste Frage, die man stellen kann. Aber es gibt ja keine dummen Fragen, wie du weißt. Aber wie stellt man den Kontakt her zu diesem Sportler? Kannst du erkennen, dass der diese Hilfe braucht? Oder kommen diese Sportler auf dich zu und sagen, bitte lass uns mal sprechen miteinander? Also in den meisten Fällen ist es tatsächlich so, dass man Präsenz zeigt. Also wenn ich nur die Visitenkarte irgendwo hinhänge, dann funktioniert es nicht. Sondern diese Präsenz und ob das dann beim Essen ist oder auf einer Busfahrt oder am Trainingsplatz und so weiter und dann fliegt da plötzlich ein Ball hin und der kommt dann dir vorbei, hast nachher kurz Zeit und so weiter und so fort. Also das ist dann so by the way. Ganz selten habe ich initiativ mal gesagt, ich glaube, wir sollten mal sprechen, weil das so viel übergriffig ist. Also das Häufigste ist ja, dass dann die Sportler kamen und gesagt haben, eigentlich habe ich gar kein Problem. Aber ich war bald. Nein, aber wie geht denn das, dass ich, Klassiker ist halt, dass ich es besonders machen möchte, weil es halt wichtig ist und mir dann dabei aber selber im Weg steht. Das hat eben was zu tun mit Bewusstem, im unterbewussten Denkmen. Ich ganz kurz das häufigste Problem erklären wollen, dass du sehr viele Automatismen halt sozusagen dir antrainiert hast und dann ist es aber wichtig, jetzt ist Finale oder sonst was und jetzt will ich es mit Bewusstem Denken und greife ein in Automatismen, die eigentlich unterbewusst laufen. Das hat man beim Asafa Paul, dem Sprinter mal festgestellt, in so einer Analyse zu seiner Laufleistung hat man festgestellt, wenn er schnell laufen will, hat er 20 Zentimeter Verlust an Range seines Schritts, weil er einfach fest wird und dass die Muskulatur dann halt blockiert wird. die Eishockey-Spieler sagen dann, das ist Freezing oder Quickstand ist so ein Begriff im Eishockey und dann kommen die Pässe nicht mehr an, weil du einfach fest bist. Und da dann eigentlich zu kapieren, dass ich eigentlich gar nicht es besonders toll machen möchte, soll, sondern eigentlich in Lockerheiten, Vertrauen, alles da, das ist, würde ich sagen, 75 Prozent der Fälle tatsächlich, das Kernanlegen von den Sportlern. Das ist interessant, dass du es schon angesprochen hast, das wäre natürlich meine nächste Frage gewesen, weil ich kenne ja diese ganzen Sprüche auch auf den Tribünen, die wollen gar nicht, die haben keine Lust, die spielen gegen den Trainer, bla bla, das ist ein ganzer Quatsch, der totaler Unsinn ist, aus meiner Sicht, weil wenn du Profisportler bist und bist in diesem oberen Bereich, dann wirst du nie mal irgendwas machen gegen irgendjemand, sondern nur für dich und für die Mannschaft. Aber sind das diese Situationen, wo du am meisten eingreifen kannst oder helfen kannst, besser gesagt, wenn genau dieses passiert, das ist ein Topspiel und jetzt will ich es besonders gut machen? Ja, das sind ja diese berühmten Momente, wenn es drauf ankommt und wenn es drauf ankommt, habe ich dann halt häufig die falschen Strategien, weil mir vielleicht auch das Umfeld sagt, jetzt musst du dich besonders konzentrieren oder jetzt heute musst du wollen und dann will ich und dann geht es nicht. Im Skispringen gibt es den schönen Satz, einen perfekten Sprung, den kannst du nicht planen, der passiert. Und es gibt noch die nette Anekdote von Georg Hettig, nordischer Kombinierer, der Olympiasieger wurde und dann in die Kamera den Satz sagt, ich dachte, Olympiasieger gibt es nur im Fernsehen, jetzt bin ich selber einer. Also der gar nicht mit dem Ziel angereist ist, Olympiasieger zu werden, der war immer Top Ten in den Weltcups und dann plötzlich waren die Bedingungen so da, dass es passieren konnte. Und das hat eben etwas zu tun, was weniger mit Denken zu tun hat, sondern mit Fühlen, dass ich mich eben mit Vertrauen und auch viel mit einfacher Freude, dass ich einfach da sein kann und das nicht als Druck erlebe und dann plötzlich können sich meine Automatismen entfalten und dann liefere ich das, was ich kann und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Ich habe es ja viel mit Sport zu tun gehabt. Ich habe eine Erfahrung gemacht aus meinem persönlichen sportlichen Leben, das ja auch nicht unbedingt tiefklassisch war, an die Topspiele und das, was ich da abgeliefert habe, das war dritte Liga, okay, konnte ich mich nicht mehr erinnern. Und dann rede ich mit Sportlern daran und sie sagen, du bist so drin in diesem Tunnel, du bist so drin, dass du dich gar nicht mehr richtig erinnern kannst. Hinterher spielt das da auch, ist das auch das, was du auch gehört hast oder ist das falsche Wahrnehmung von mir? Nee, ähnlich. Also so, und wenn du dann das sehen, wie sie dann aus, zum Beispiel, wenn so ein Kicker aus 25 Metern in den Winkel hämmert, dann fahre ich auch danach, wie macht, wie geht sowas? Hast du besonders gezielt und so weiter? Machst gar nichts. Niemals. Man sagt ja Oberrang oder rein, ne? Ja, natürlich. Also insofern, das lässt du unhäufig, wenn sie dann das auf Video sehen, denken sie, Gott, das war ich. Das ist krass, ne? Weil das eben nicht geplant ist. Ja, genau. Und das ist dann diese, ja, diese Freiheit, die dann entsteht, wenn die Automatismen fließen. Dann kommt das. Das hat alles nur was mit Unterbewussten zu tun. Du brauchst auch bewusstes Denken, wenn ich eine taktische Aufgabe habe. Aber so vor dem Strafraum und so. Es gibt auch Untersuchungen, die sagen, wenn du Golfer unter Druck setzt, also unter Zeitdruck setzt, dann hatten sie besser. Okay. Weil sie nicht zu viel denken. Das wusste ich auch nicht. Tatsächlich. Insider-Tipp hier. Ja, ja. Aber hilf mir, Jan. Ich habe das selbst, natürlich, weil ich ein älterer Mann bin, natürlich nicht erlebt, Sportpsychologie im Alltag, im Sportlichen. Wie geht man da ran? Jetzt kommt, ich mache jetzt mal einfach ein Beispiel. Ein Spieler kommt zu dir und sagt, keine Ahnung, was er zu dir sagt. Was erzählst du dem? Wie gehst du da ran? Je nach, natürlich je nachdem, was er dich fragt. Bist du der Papa oder was bist du? Eine Stunde Kaffee trinken. Hört mir mal gesagt. Nee, nee. Das ist tatsächlich, und das ist auch mit das Hauptvermächtnis von Hans Ebersbecher, es geht tatsächlich um Techniken, kognitive Techniken, die ich genauso erlernen und trainieren kann wie körperliche Techniken. Und ein ganz einfaches Beispiel ist zum Beispiel mit Vorstellungen arbeiten. Also ich kann mir natürlich auch vorstellen, wie ich daneben schieße oder wie ich scheitere, aber ich kann mir für bestimmte Situationen sogar in bestimmten Gegnern auf einem bestimmten Platz zu bestimmten Wetterverhältnissen, zu bestimmten Tagesverhältnissen kann ich mir vorstellen, wie ich gegen den spiele. War zum Beispiel in der Kabine in Hoffenheim vielfach der Fall, dass Videos gezeigt wurden und dann der Trainer gesagt hat, jetzt jeder nochmal vor einem geistigen Auge aus der eigenen Perspektive. Wenn ich mir so etwas vorstelle und das macht natürlich jeder, hat ja eine Vorstellung von dem, was in der Zukunft beginnt und da kann ich mir halt eine positive bauen oder halt eine negative entstehen lassen und dann wird es plötzlich Aufwand und Anstrengung, wenn ich mir überlege, wie will ich in so einer Situation eigentlich agieren. Wenn ich mir das dann durchlaufen lasse, dann ist es für das Gehirn quasi das Gleiche, als wenn ich es tatsächlich tun würde. Also man merkt auch manchmal, dass dann irgendwelche Bewegungen mitkommen oder man entsprechende Emotionen nachempfindet, obwohl die Situation nur in meinem Kopf stattfindet. Aber fürs Lernen und Automatismen brauche ich Wiederholungen, kann ich also ganz, ganz viel irgendwie praktisch wiederholen oder im Kopf und ganz, ganz viele Situationen, die im Spiel relevant sind, kann ich gar nicht praktisch trainieren, weil ich ja den Gegner nicht habe oder die Situation und so kann ich eben aus Videoschulungen ganz, ganz viel Material rausnehmen und kann sagen, okay, da baue ich mir jetzt die Szene und mache Kopfkino dazu und fühle mich dann in der Situation vorbereitet. Athleten kommen dann und sagen, ich war wie eine Art, dass ich es schon mal erlebt hätte, dass ich eigentlich in der Situation gar nicht mehr überlegen musste, sondern es war klar, wie ich agiere. Das ist so eine Technik. Eine zweite Technik, die ganz etabliert ist, natürlich den Aktivierungszustand so hinzubekommen, dass ich nicht zu aufgeregt, aber auch nicht zu entspannt bin, muss ich mir auch vorher überlegen, was brauche ich denn? Also ein Schütze braucht einen anderen Aktivierungszustand als ein Boxer oder sonst was, aber der sollte halt zum Moment passen. Also wenn ich jetzt einen hohen Aktivierungszustand brauche, weil ich in den Ring steige, dann sollte ich den dann auch haben, wenn ich in den Ring steige und nicht abends im Bett. Also da muss ich dann gucken, dass ich dieses Regulieren hinbekomme. Auch kann mir der Trainer auch nicht abnehmen. Und mit die effektivste Technik ist eigentlich der Umgang mit Selbstgesprächen. Also unser Inner Talk, der uns da permanent beschäftigt und sich dann gezielt zu fragen, hilft mir das, was mein Gehirn gerade an Gedanken projiziert oder hilft es mir nicht? Und wenn ich halt nichts mache, dann ist es wie ein leeres Glas Wasser, dann kommen mal ganz, ganz viele Gedanken aus dem Unterbus. Dann zwei Skifahrer schauen die Piste runter in St. Moritz, sagt der eine und der andere, boah, ist ganz schön steil, oder? Und jetzt denke ich, ja scheiße, ist steil, ne? Oder hast du Angst? Und ja, oder halt gut gemeinte Sätze vom Trainer oder sowas, die dann plötzlich im Kopf Ungutes auslösen. Insofern geht es darum, sich so die Gedanken zu machen, die mir helfen. Und das hat nichts mit Chakka, die Powerfaust oder sonst was zu tun, sondern hochgradig individuell. Was brauche ich in der Situation? Was brauche ich in der Situation? Und dann bin ich quasi permanent aktiv mit mir und lasse nicht zu, dass irgendwelche destruktiven Gedanken im Kopf sind. Und diese Gedanken beeinflussen halt, wie ich mich fühle. Positive Befindlichkeit, negative Befindlichkeit, worauf ich mich gerade konzentriere. Konzentriere ich mich jetzt auf das, was gewesen ist oder das, was kommt oder das, was eigentlich jetzt hier stattfindet und natürlich auf so Dinge wie Motivation. Also bleibe ich dran oder bleibe ich nicht dran, kann ich noch laufen. Da kann ich ganz, ganz viel Einfluss eben auf den Moment ausüben, was jetzt im Moment in meinem Kopf hilfreich ist. Jetzt könnte ich dir eine böse Frage stellen und ich stelle sie auch, wobei sie nicht böse gemeint ist. Aber wie viel Leistungssteigerung kann ein Sportpsychologe erreichen? Ich weiß nicht, ob es wissenschaftliche Erkenntnisse dazu gibt. Ich weiß nicht, ob es von deiner Erkenntnis und deiner Erfahrung, du bist ja nur noch einige Tage dabei. Wie viel Prozent sind das, wo ich diesen Sportler, oder kann ich ihn gar nicht beeinflussen? Erstmal sollte er sich selber beeinflussen. Ich kann ihm ja sozusagen quasi nur Techniken mitgehen, die er eben genauso trainieren muss. Und dann komme ich nochmal auf den Hans-Beebersbücher zurück, der das mit einfachen Beißspielen immer veranschauliert hat, dass das irgendwie immer ein Zusammenspiel ist wie Hardware und Software. Wenn wir uns jetzt die Aufgabe geben, auf diesem Stuhl zu stehen, hier in diesem Studio, würdest du sagen, ist jetzt mental nicht sonderlich anspruchsvoll. Dann kriegen wir hin, wenn wir das jetzt hier in dem Gebäude ganz oben auf dem Dach machen, wo es 50 Meter runter geht und wir sind ganz knapp an der Kante dran, merken wir plötzlich, dass die mentale Anforderung eine viel größere ist. Und insofern gibt es halt Konstellationen, wo ich sage, brauchst du nicht sonderlich viel psychologische Kompetenz und andere eben da, eben gerade dann, wenn es drauf ankommt, in diesen Konstellationen, da ist es dann besonders wichtig, dass du die richtigen Gedanken beisammen hast. Und das hat ja nicht nur was mit Sport zu tun, das erkennen wir ja in allen möglichen Situationen, ob wir jetzt einen Vortrag halten müssen, singen unter der Dusche geht noch, vor den Kollegen wird schon ein Problem. Prüfungssituationen, dieses typische Brett vor dem Kopf hat ja auch nichts damit zu tun, dass ich es nicht weiß, sondern ich kann es im Moment nicht abrufen, weil ich die falschen Gedanken im Kopf habe. Insofern war das auch immer ganz spannend, das habe ich auch von Hans Ebersbecher und Hans-Jeder Herrmann dann mitgenommen, diesen Transfer aus dem Sport in andere Bereiche. Das ist ja nicht nur im Sport in allen Disziplinen anwendbar, sondern es ist eigentlich in unserer Leistungsgesellschaft in so vielen Situationen, dass du einfach liefern musst, performen musst, dass du dich verkaufen musst. Ja, relevant, dass du im Kopf sozusagen klar bist. Ich darf eine ganz kurze persönliche Note jetzt hier reinwerfen, weil als Fußballer habe ich gemerkt, wenn ich nach die ersten fünf Pässe irgendwo oder in Dribbling nicht gepasst habe, dann habe ich gedacht, okay, die nächsten fünf spiel den einfachen Pass, dass du reinkommst. Als ich dann angefangen habe, als Journalist zu arbeiten und Sendungen und was weiß ich zu moderieren und ich habe gemerkt, nach drei Moderationen, es wird zu kompliziert, dann habe ich versucht, meine Moderationen einfach zu halten, um wieder in diesen Rhythmus reinzukommen. Also ich wollte nur bestätigen, was du gerade gesagt hast. Du kannst unglaublich viel mitnehmen vom Sport, Profisport oder was auch immer, in den normalen Alltag. Das ist ja, du bist ja auch als Redner unterwegs. Sind das auch diese Parallelen, die du dann siehst? Ja, das ist ja dann für mich, ich habe jetzt kein sportliches Event mehr als Sportler, wo du gesagt hast, jetzt musst du abliefern, sondern das sind tatsächlich die Momente, wo du dann auf eine Bühne steigst und sagst, okay, ist ja auch ganz häufig so, wenn du so Themen hast, wie wenn es darauf ankommt oder sowas, dass dann der, der dich ankündigt, sagt, das wollen wir mal sehen. Also das spielen dann natürlich dann, wenn du mit so einem Thema kommst, auch, dass sie dir ein bisschen Druck machen wollen. Und dann sind es ja genau die gleichen Sachen. Also erst mal, ist ja so, wir nennen das auch im Fußball übrigens diesen talentfreien Kleinkram, wo du einfach sagst, damit fängst du erst mal an und wo ist die Sicherheit? Also richtig stehen, die richtigen Wege machen, die richtige Ballannahme und so weiter, Coaching und so, Vororientierung ganz wichtig. Und wenn sich dann sowas wie Sicherheit einstellt, dann merkst du auch auf der Bühne, okay, die ersten Sachen haben gut gelaufen, ich plapper mich nicht die ganze Zeit, mir fallen die Gags ein. oder die Storys, dann stellt sich ein Gefühl der Sicherheit ein. Und dann kommt das, was du eben vorhin auch beschrieben hast, dann kommen Dinge, die du nicht geplant hast. Genau. Und dann denkst du danach so, das habe ich gebracht. Und genauso sagt dann der Stürmer, den Pass habe ich gebracht. Aber das ist dann, darunter brauchst du diese Sicherheit. Wenn die einfachen Dinge nicht kommen und sagen, ich will es jetzt erzwingen. Keine Chance. Keine Chance. Und dann geht es nämlich nach hinten los. Ja, natürlich. Keine Chance. Weil du dann die Pässe baust, wo das ganze Stadion dann raunt und dann traust du dir gar nichts mehr zu tun. Ja, genau. Das ist dann der größte Fehler. Du bist seit, glaube ich, 30 Jahren hier in der Region, aber nicht aus der Kurpfalz. Das ist ja Menschen aus der Kurpfalz, heißt diese Serie. Deswegen müsste man natürlich noch ein bisschen sprechen über die Kurpfalz. Du bist heimisch geworden. Ja. Warum? Naja, also ich habe mein Abitur gemacht. Ich komme aus Bad Merkentheim und hatte damals schon eine Freundin, meine jetzige Frau, und die hat in Heidelberg studiert. Und das war dann völlig klar, da gehe ich auch hin. Und dann ging das schon so los, dass ich mich da mit ganz, ganz vielen Dingen aus Heidelberg eben auch angefreundet oder identifiziert habe. Insbesondere halt auch den Menschen, die mich dann da auch beruflich begleitet haben, die, Hans Ebersbecher war nicht hier, weil es sie noch nicht gab, aber die auch auf solchen Stühlen saßen. Und dann plötzlich ist natürlich eine Identifikation da. Es gab dann zwei, dreimal die Momente, wo ich in München, weil ich sehr, sehr viel dann im Wintersport unterwegs war. Aber wir haben gesagt, nee, nee, das können wir ja nicht einfach verlassen. Und wenn dann halt, dann kommen halt die Dinge, die dich immer mehr hier rein verwurzeln. Das heißt, du hast dann einen Freundeskreis. Du hast dann, das ist ja dann so, wenn die Kinder hier geboren werden, geboren in Heidelberg, das ist ganz was Tolles, wenn ich auf diesen Pass schaue. Die dann hier in den Kindergarten gehen, dann verwurzelst du natürlich auch mit deiner Stadt, mit deinem Stadtteil. Und wenn ich die jetzt hier groß werden sehe und mit meinem Hund dann durch die Schlierbacher Wälder jeden Morgen streife, dann ist das schon sowas, wo du einfach sagst, da willst du nicht mehr weg. Machst dann natürlich auch Sprüche, das guckst du dann da über die Wälder nach Ziegelhausen und sagst, schon schön, so in Kanada. Und du merkst einfach, wozu soll ich denn nach Kanada, wenn es hier so toll ist, du hast so viele tolle Dinge, du brauchst gar nicht mehr weg. Und die Geschichte habe ich ja vorhin auch schon erzählt, dass das dann mal so weit war, dass wir uns mit der Idee, sich treiben zu lassen, ein Wohnmobil gemietet haben und aber keine Idee hatten, wo lassen wir uns jetzt hintreiben und dann erst mal in Schlierbach am Campingplatz gelandet sind. Und da war eine erste Reihe am Wasser und neben uns war keiner mehr und das Wetter war schön und dann haben wir nur gesagt, warum sollen wir jetzt uns auf die Autobahn stellen und dann Chiemsee fahren zum Beispiel oder sowas. Und dann waren wir sozusagen 500 Meter vom eigenen Haus am Urlaub machen am Schlierbacher Campingplatz und es war ein grandioser Urlaub in einer ganz tollen Region, in der Heimat. Heimat, genau. Das ist das richtige Wort und ich glaube auch das richtige Abschlusswort. Ich habe ja vorhin in der Anmoderation gesagt, dass ich mich sehr freue auf dieses Gespräch mit dir und es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir alles Gute und Dankeschön für den Besuch. Danke, dass ich hier sein durfte. Hat mich sehr gefreut. Das war Menschen aus der Kurpfalz. Präsentiert von der Sparkasse Rhein-Neckar-Nord, CoS Klima, GBG Wohnungsbaugesellschaft Mannheim und AMEE. Die Akademie für Motivation, Entwicklung und Erfolg. Mehr zu sehen und zu hören gibt es auf der Heimat-App Kurpfalz erleben und unter kurpfalzerleben.de. Bis zum nächsten Mal.